Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein. Wir haben mit diesem Ergebnis gerechnet. Ich bestimmt nicht. Also ich habe mich verwettet, wenn ich gewettet hätte. Die Furcht vor Migration, vor allem vor muslimischer Migration, spielte eine große Rolle. Die spielt in ganz Europa eine große Rolle, bei uns auch. Wir haben inzwischen eine Partei, die hauptsächlich von dieser Furcht lebt und das gar nicht so schlecht, wie immer man dazu steht. Darum bin ich froh, dass wir heute Abend Ahmad Mansur als Gast haben, mit dem wir über Migration reden können, über Radikalisierung, und zwar die Radikalisierung der Einwanderer und vielleicht auch über die der Einheimischen. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Herr Mansur, Sie wurden, ich sage das mal ganz kurz, 76 als Sohn arabischer Israelis in einem kleinen Dorf in Israel geboren. Sie haben Psychologie in Tel Aviv und Berlin studiert. Sie befassen sich mit Salafismus, Antisemitismus und mit den psychosozialen Folgen von Migration. Sie waren außerdem auch mal Teilnehmer der Islamkonferenz und sie haben ein Buch veröffentlicht, das halte ich jetzt hoch, das sehen Sie im Radio nicht. Das heißt, Generation Allah, warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen. Hat Sie denn das britische Ergebnis überrascht? Ja, total. Also jetzt EU-Forscher bin ich nicht und Experte auch nicht, was das Thema angeht. Ich interessiere mich wie alle anderen Menschen in diesem Land und in Europa. Ich habe damit nicht gerechnet und hoffe, dass es nicht endgültig ist. Also ich hoffe immer noch auf Europa, auf Europa, die zusammenhält, auf Menschen, die auch in globalen Zeit das nationale Idee hinter sich lassen und verstehen, dass es hier um ein Projekt, der uns alle guttun wird. Okay, was sollen die jetzt machen? Noch ein Referendum gegen das Referendum und dann noch ein Referendum, ob man ein Referendum über das Referendum abhält? Weiß ich nicht. Das soll Frau Merkel und die Politiker entscheiden. Da freuen sich die Engländer, wenn Frau Merkel das entscheidet. Ich glaube, das war Teil des Problems. Aber welche Rolle spielt denn Ihrer Meinung nach die Migrationsfrage bei der Sache? Also jetzt ohne Spaß. Also Migration, weil wenn Sie gesehen haben im Fernsehen oder so Zeitungsfrontseiten englischer Zeitungen immer praktisch die Muslime kommen, die Flut und so, da hatte man das Gefühl, das ist das größte Problem Englands, was es gibt. Ich glaube, das ist so einfach. Ich glaube, dass das Thema Islam und Migration auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat und natürlich Ängste auch eine Rolle gespielt haben und auch unbegründete Ängste, aber auch echte Ängste von Radikalisierung, von Anschlägen, von Entwicklungen, die die Menschen nicht nachvollziehen können oder wollen. Aber auf der anderen Seite spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Auch die EU zum Beispiel, die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, da spielt auch eine Rolle. Und ich glaube, die Menschen haben auch nicht richtig verstanden, was für Folgen dieser Brexit hat. Das realisieren sie jetzt erst. Aber natürlich spielt diese Fremdfeindlichkeit eine Rolle. Da sehen wir das auch nicht nur in England, sondern auch in Deutschland, genauso wie in den USA und anderen Ländern. Das Thema müssen wir Mitte in der Gesellschaft diskutieren und wir müssen schauen, wie kam es dazu. Wie kam es dazu, dass diese Parteien solche Themen für sich beanspruchen und undifferenziert, fremdfeindlich, rassistisch behandeln? Na gut, aber dann bleiben wir doch mal da. Wie kommt es denn dazu, dass die europäischen Gesellschaften sich so sehr über die muslimische Migration zerstreiten? Wer ist denn daran schuld? Die Muslime, die Politiker, die fremden Feinde? Ich weiß es nicht, ob jemand daran schuld ist. Ich kann aber sagen, dass bei Menschen Menschenängste entstehen, Herausforderungen in einer Gesellschaft, die vielfältig ist. Wenn Menschen zusammenkommen, dann gibt es Probleme, dann gibt es andere Sozialisationen. Und die Lösung ist nicht, wer daran schuld, sondern welche Lösungen können wir anbieten? Wie können wir diese Ängste kleiner machen? Wie können wir die Menschen überzeugen, dass Vielfalt gut ist, dass Zusammenleben möglich ist? Das können wir nicht machen, indem wir einfach einfache Thesen in den Raum werfen und sagen, das sind unbegründete Ängste oder das sind Muslime, die uns kaputt machen und unsere Gesellschaft islamisieren wollen, sondern dass wir die Probleme, die in dieser Gesellschaft gibt, die von Rechten instrumentalisiert werden, in der Mitte der Gesellschaft diskutieren. Dass wir über Terrorismus diskutieren, über Anschläge diskutieren, dass wir über Radikalisierung diskutieren, über Probleme, die in den Schulen gibt, diskutieren. Dass wir diskutieren über Handschlag zum Beispiel, über Köln auf eine Art und Weise, die nicht in Schubladendenken geht, sondern auf eine Art und Weise, die uns dazu bewegt, nach Lösungen zu suchen und die Menschen, die zu uns gekommen sind, als Teil dieser Gesellschaft zu werden. Aber das finde ich ja ganz spannend. Köln, ich glaube, da werden wir uns alle schnell einig, weil das waren Straftaten. Dafür haben wir ja das Gesetzbuch, da müssen wir, glaube ich, dann mehr Polizei haben oder vielleicht auch mehr Gerichte oder so. Aber das mit dem Handschlag, ich bin mir nicht sicher, dass jeder sofort weiß, worauf Sie anspielen mit dem Wort. Erzählen Sie doch kurz die Geschichte, die dahinter liegt. Also, dass ein Imam die Lehrerin seines Sohnes nicht die Hand geben wollte und die Lehrerin dann so reagiert, dass sie das Gespräch abgebrochen hat. Wiederum hat der Imam dann diese Lehrerin angezeigt, alles diskriminierende Verhalten das gesehen hat. Und dann gab es eine Debatte, die wir in den letzten Tagen zu beobachten haben, über, da dürfen zum Beispiel Menschen die Handschlag verweigern. Solche Themen gab es auch in der Schweiz in den letzten paar Monaten. Und das ist ein Thema, die an sich natürlich, man kann darüber streiten, ob das zu machen ist oder nicht, ob das okay ist oder nicht okay ist. Aber allgemein, das hat auch mit Köln, da bin ich auch nicht der Meinung, dass es nur um Straftaten geht, sondern es geht um eine tiefgreifende Geschlechterrollen, tiefgreifender Umgang zwischen den Geschlechtern. Und das ist ein Thema, die Lehrer, die Schulen, die Polizisten, die uns in dieser Gesellschaft auf jeden beschäftigen sollen. Nicht, damit wir sagen, die Muslime oder die Patriarchalen, die auf andere Gesellschaften kommen, die hier nicht auf Gleichberechtigung sind, sondern damit wir diese Menschen erreichen können, damit wir Werte vermitteln können, damit wir eine Art von Dialog in dieser Gesellschaft schaffen, auf Augenhöhe, wo wir die Menschen, die zu uns gekommen sind, auch gewinnen können für diese Gesellschaft. Und sie nicht als Problem sehen, sondern als eine Bereicherung für diese Gesellschaft. Ganz kurz, nur weil mich das wirklich interessiert, was finden Sie denn persönlich, wenn einer die Hand nicht gibt? Ist das ein Skandal oder ist es dann irgendwie einfach nur doof oder muss man da irgendwas unternehmen oder wie sehen Sie das? Also ich weiß nicht, ob man unternehmen soll, aber darüber sollte man reden. Es geht hier nicht um eine Religionfreiheit, meiner Meinung nach. Ich bin auch Muslim und bin auch in so einer Gesellschaft groß geworden, übrigens wo Männer und Frauen die Hand auch gegenseitig gegeben haben. Ich habe damit aufgehört, als ich damals radikal geworden war, weil die Imame uns beigebracht haben, dass die Frauen einfach eine Gefahr für die Männer sind, dass ein Kontakt zwischen Mann und Frau gleich sexualer Akt wäre. Und deshalb lehne ich das ab. Deshalb bin ich der Meinung, dass das einen Hintergrund hat, der sehr diskriminierend ist. Wenn ich das Mensch gegenüber nicht als Mensch wahrnehme, sondern als Sexualobjekt, dann ist das problematisch. Und darüber sollten wir reden. Ob das strafend sein, ob die Lehrerin dann auch das Gespräch abbrechen sollte, ist eine andere Sache. In der Schweiz hat man entschieden, die sollen 5000 Mark oder Franken bezahlen. Das ist nicht meine Art, sondern wir sollten in den Schulen darüber reden. Woher kommt das? Und wie entstehen solche Bilder? Das ist kein gesunder Umgang zwischen den Geschlechtern und das muss thematisiert werden. Immer mit dem Ziel, das wiederhole ich immer wieder, mit dem Ziel, nach Lösungen zu suchen, um diese Menschen zu erreichen, für diese Gesellschaft zu gewinnen. Man hat den Eindruck, dass Religion in der Gesellschaft wichtiger wird. Was ja eigentlich eine paradoxe Entwicklung ist, weil wir irgendwie gedacht haben, die letzten 200 Jahre, dass Religion immer weniger wichtig wird. Wie kommt das? Ist das gut? Ist das schlecht? Religionen werden wichtiger für die Menschen. Und zwar nicht nur in der muslimischen Community, sondern weltweit ist das zu beobachten. Ich arbeite ganz viel mit Familien von Jugendlichen, die sich radikalisiert haben. Übrigens nicht nur aus muslimischen Familien, sondern auch aus deutscher Familien ohne Migration Hintergrund. Und merke immer wieder, dass die Jugendlichen ein bestimmtes Bedürfnis haben. Dieses Bedürfnis ist erstmal nicht Religion, sondern das Bedürfnis ist Orientierung, Halt. Das Bedürfnis ist Struktur im Alltag. Das Bedürfnis ist die Entscheidung abzugeben. Das Bedürfnis ist einfach, einen Alltag zu haben, wo sie Missionen und Aufgaben bekommen. Und leider sind extreme Ideologien heute diejenigen, die diese Bedürfnisse auch stellen können. Die eine Antwort haben. Die die Jugendlichen aufnehmen. Ihnen die Möglichkeit geben, Struktur im Alltag zu haben. Und deshalb finde ich das problematisch. Ich finde es nicht problematisch, dass die Menschen religiöser werden. Ich bin auch religiös, erlebe meine Religiosität als eine Art Privatsache. Das ist etwas für mich und Gott. Das stellt in der Gesellschaft kein Problem. Aber wenn ich dann meine Religion auf eine Art und Weise auslebe, dass sich anfangen, andere Menschen abzuwerten, dass sich anfangen, irgendwie die Gesellschaft und die Werte dieser Gesellschaft abzulehnen, dann haben wir ein Problem. Und das sehen wir bei den radikalisierten Jugendlichen, übrigens nicht nur diejenigen, die von Verfassungsschutz beobachtet werden, nicht nur diejenigen, die nach Syrien und Irak ausgereist sind. Das sind natürlich Menschen, die wir verloren haben. Und da sollen wir uns die Frage stellen, wie kam es dazu. Sondern die alltäglichen Situationen von Jugendlichen, die ich tagtäglich in Schulen treffe, wo Jugendliche, die unter uns leben, die Teil dieser Gesellschaft sind, und das sind zweifellos Teil dieser Gesellschaft, sich von der Werte dieser Gesellschaft entfernen, andere Werte vertreten, die in einer demokratischen Struktur, in einer demokratischen Gesellschaft problematisch sind und meisten nicht zu suchen haben. Einfacher wird die Sache ja nicht dadurch, dass diese Differenzierung, die Sie eben vornehmen, zwischen dem Islam als Religion, die man halt ausüben kann, und dem Islam sozusagen als Funktion im Leben zum Beispiel von solchen Jugendlichen. Diese Differenzierung wollen viele Leute nicht mitgehen, sondern die reden über den Islam. Gibt es den Islam? Nein, glaube ich nicht. Es gibt Islamverständnisse. Das sage ich in allen Interviews, die ich bis jetzt gegeben habe. Mein Islam hat mit diesem Terror, mit dieser Geschlechterapartheid nichts zu tun. Aber mein Islam ist dann der Minderheit. Sondern lassen Sie uns über Inhalte reden. Und die Inhalte, die ich problematisch finde, sind leider weit verbreitet. Das bedeutet nicht, dass diese Jugendliche dann sich in der Luft jagen. Aber das sind Probleme, die wir in dieser Gesellschaft schaffen, aufgrund von einem bestimmten Islamverständnis, der problematisch ist. Darüber zu reden bedeutet nicht, dass ich die Menschen jetzt vorurteilen will. Das bedeutet nicht, dass ich die Menschen ablehnen will. Sondern ich will mit denen reden. Ich will sie gewinnen. Ich will in Schulen eigentlich eine Konzepte entwickelt haben, damit wir diese Jugendlichen erreichen. Damit wir über Angstpädagogik reden. Also die Angst für die Hölle, was wir im Katholismus eigentlich auch haben. Diese Debatte auch läuft gerade. Geschlechtertrennung. Diese einfach zu verbieten, dass ein gesunder, normaler Umgang zwischen den Geschlechtern möglich ist. Tabuisierung der Sexualität. Dass Kinder, die hier groß werden, ihre Sexualität nur unter enormen Schuldgefühlen ausleben können, wenn überhaupt. Dann Antisemitismus, der auch manchmal religiös begründet wird. Verschwörungstheorien, die diese Jugendlichen konsumieren in Maßen, die mir Angst machen, dass die Jugendlichen einfach nicht mehr AAD oder öffentliche Rechtliche sehen, sondern die Information über das, was in der Welt passiert, durch Verschwörungstheorien konsumieren. Und vor allem ein Religionverständnis, der den Menschen entmündigt. Buchstaben glaube ich, nenne ich das. Das heißt, das, was in Heiligen Schriften steht, steht nicht zur Debatte. Ich darf nicht darüber nachdenken. Ich darf nicht meine Meinung dazu bilden. Sondern ich muss das wiedergeben, wie er da steht. Und das schafft Menschen, die entmündigt werden. Das schafft autoritäre Strukturen, die diese Menschen nicht dazu bewegt, kritisch zu denken, zu hinterfragen. Und das sind die Punkte, die vor allem in den Schulen zu bearbeiten sind, mit ein richtiger Schulkonzepte, die endlich versteht, dass wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben, die ganz neue Herausforderungen mit sich bringen. Wenn wir diese Offenheit mitbringen, wenn wir diese Unterrichtseinheiten entwickeln können, um diese Menschen auch mitzunehmen, dann können wir viele Probleme lösen. Der klare, einfache, gerade Satz eines Bundespräsidenten, der Islam gehört zu Deutschland. Was bewirkt der bei Ihnen? Finden Sie es richtig, falsch? Verstehen Sie, warum Leute sich darüber aufregen? Ich glaube, das macht viele Menschen Angst, wenn so ein Satz gesagt wird. Es hat mich natürlich gefreut, als Muslim Teil dieser Gesellschaft sein zu dürfen. Ich glaube, die Muslime sind auch vor diesem Satz Teil dieser Gesellschaft gewesen. Sie leben, sie leben ihre Religion seit Jahren eigentlich und das ist gut so. Ich glaube, das ist aber zu allgemein. Ein Islamverständnis, der ohne Wenn und Aber hinter Demokratie und Menschenrechte steht, gehört definitiv zu Deutschland. Ein Islamverständnis, der in sich Werte trägt, die undemokratisch sind, das habe ich gerade erwähnt, gehört nicht zu Deutschland. Das bedeutet nicht, dass diese Menschen jetzt abgeschoben werden, sondern dass wir mit diesen Menschen in Dialog gehen, damit sie in der Lage wären. Aber finden Sie, dass man das beim Islam immer extra betonen muss? Also ich meine, so fundamentalistisches Christentum sollte dann irgendwie auch nicht dazugehören, oder? Ja, aber wir reden jetzt über den Islam. Dass in anderen Teilen dieser Gesellschaft andere Probleme gibt, ist selbstverständlich. Darüber müssen wir auch reden, da müssen wir auch da Entwicklungen sehen und uns entsprechend auch vorbereiten. Wir reden auch viel über Rechtradikalismus zum Beispiel, aber jetzt reden wir über den Islam. Aber muss man das beim Islam immer dazusagen, das meine ich. Also muss man da immer so eine Art salvatorische Klausel. Der Islam gehört nur dann zu Deutschland, wenn. Und dann kommt irgendwie so ein Katalog mit so fünf Punkten, wo man überall so einen Haken ranmachen muss. Damit habe ich kein Problem, das ist viel wichtiger. Das ist auch neu und ich finde auch nicht, dass Zeugen Jehovas zu Deutschland gehören. Darüber will ich reden, das ist nicht mein Schwerpunkt. Ich finde nicht, dass die Sekten, die wir in Deutschland haben, zu Deutschland gehören. Und da muss man gucken, welche Entwicklungen da gibt es. Und genauso auch im Islam. Das nicht zu tun, ist auch eine Art von Egromanz. Zu sagen, ja, der Muslimer, die können diese Kritik nicht aushalten. Lassen wir sie in Ruhe. Bedeutet, wir nehmen diese Menschen nicht ernst. Nicht gleichberechtigt. Gleichberechtigt bedeutet, wir sehen, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind. Und wir sehen, dass es bestimmte Probleme da sind und sie auch differenziert ansprechen. Wir haben vorhin angefangen mit England. Nun hat ja London einen muslimischen Bürgermeister seit kurzem. Haben Sie das ein bisschen verfolgt, den Wahlkampf in England, wie der Bürgermeister geworden ist? Ich fand das ja ganz interessant, dass das Thema bei diesem Wahlkampf, ist jemand Antisemit, ja oder nein, ist jemand antimuslimisch, ja oder nein, spielte in diesem Wahlkampf eine große Rolle. Und ich habe mich gefragt, ob diese Art von Konflikten, die haben wir in Deutschland ja so gar nicht, weil wir diese, also jedenfalls, oder haben wir sie noch nicht kriegen? Werden wir das auch bekommen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, aber ich glaube schon. Und ehrlich gesagt will ich auch die Frage stellen, ob jetzt wir einen Kanzler haben werden, der Antisemit ist. Das werde ich auch thematisieren wollen. Genauso, wenn ein islamfeindlicher Minister irgendwann wird. Das will ich thematisieren, darüber reden. Auf eine Art und Weise, dass wir das auch, dass die Leute das auch mitkriegen. Das finde ich jetzt nicht verkehrt. Also der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat jetzt gerade heute, glaube ich, oder gestern hat er gesagt, in seiner Stadt keinem Platz für Antisemitismus, was eben auch vor dem Hintergrund dieses Wahlkampfs, glaube ich, sehr, sehr wichtig war. Aber wie steht der Islam, sozusagen dieses Antisemitismus-Problem? Da gibt es ja viele Leute, die sagen, wir kriegen jetzt mit den vielen Muslimen, die reinkommen, eine neue Form von importiertem Antisemitismus in Deutschland. Sehen Sie das als Problem? Also Antisemitismus, muss man als erstes ganz klar sagen, ist ein herkunftsobergreifender Phänomen. Man findet Antisemitismus im Links, im Rechts, im Mitte der Gesellschaft. Man muss aber auch über muslimische Antisemitismus reden, weil die Entstehungsgründe anders sind, weil das ganz viel mit Nahostkonflikt zu tun, weil das ganz viel mit einem bestimmten religiösen argumentierten Antisemitismus zu tun. Der Koran beschäftigt sich ganz viel mit Juden und wenn man das nicht in seinem lokalen historischen Kontext versteht, dann läuft man Gefahr, auch antisemitische Bilder zu bedienen. Dazu kommen auch Verschwörungstheorien, wie gesagt, die unter Jugendlichen sehr populär sind. Und deshalb dürfen wir und sollten wir über solche Probleme reden, wenn man mit Lehrer und Lehrern in Berlin deutschlandweit redet, dann weiß man, dass Jude zu Schimpfwort geworden ist in Schulen, dass das Thema Nahostkonflikt sehr emotional ist und nicht so einfach differenziert darüber zu reden. Ich war jetzt vor kurzem in einer Schule in Berlin, wo zwei palästinensische Jugendliche mit einem T-Shirt begegnet, wo Israel gar nicht existiert, sondern nur Palästina. Mit diesen Jugendlichen will ich arbeiten. Ich will die Hintergründe verstehen und ich will ihnen meine Erfahrungen aus diesem Land bringen. Das ist viel Schwarz-Weiß, der da läuft und darüber müssen wir reden. Und natürlich kommen Leute aus Syrien, die anders sozialisiert sind. Sie sind in einem autokratischen Regime groß geworden, wo Juden und Israel immer alles Feindbild bedient haben. Diese Menschen zu erreichen ist möglich, aber dazu brauchen wir gute und flächendeckende Integrationskonzepte. Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1, live aus dem Gorki-Theater. Ich bin Jakob Augstein und sitze hier mit Ahmad Mansour, der selber beinahe Islamist geworden wäre. Stimmt das? Ja. Wie ging das zu? Ich war 13, mein Leben war nicht so einfach. Ich musste nach der Schule und vor der Schule arbeiten. Meine Eltern und Großeltern sind Bauern. Und ich wurde gemobbt in der Schule. Ich war Streber und habe nicht so viele Freunde gehabt. Ich konnte nicht so gut Fußball spielen. Und irgendwann offentierte sich eine Krise bei mir. Ich konnte diese Last nicht mehr ertragen. Ich konnte nicht morgen zur Schule gehen und nochmal fünf, sechs Stunden das ertragen zu müssen, was diese Mitschüler mit mir so machen wollten. Der Einzige, der diese Krise bemerkt hat, waren nicht die Sozialarbeiter, nicht die Lehrer und auch nicht meine Eltern, sondern ein Imam, der mich angesprochen hat, der mich auserwählt hat, der mich eingeladen hat, nett, sehr nett, zu einer Koranschule. Und ich bin sehr gerne hingegangen, habe da Freunde gefunden und habe das Gefühl gehabt, diese Krise ist zu Ende. Ich fand meinen Platz. Ich habe Orientierung und Halt. Ich habe Menschen, die um mich kümmern. Ich habe angefangen, meine Geschichte, die Geschichte, meine Vorfahren irgendwie zu studieren, in den Koran, hocharabisch, das ging es am Anfang überhaupt nicht über Ideologie. Da ging es nicht um Gewalt und Hass. Und mit der Zeit wurde aus diesem Koranunterricht kein hocharabisch Unterricht, sondern vor allem ein Unterricht des Hasses, wo wir gelernt haben, Christen, Juden, Atheisten, Kommunisten zu hassen, meine Eltern zu hassen, weil sie nicht beten, weil sie nicht religiös waren, weil meine Mutter keine Kopftuch getragen hat. Die Nachbarin, die auch freizugisch war, der Nachbar, der ab und zu Alkohol getrunken hat. Und aus diesem Religionunterricht wurde eine Ideologie, die mich mit Tag zu Tag radikalisiert hat, bis ich, heute kann ich das sagen, sehr radikal war und in diese Strukturen total überzeugt und mitgemacht habe. Ist das typisch, diese Entwicklung? Dass Menschen diese Ideologie in Zeiten der Krise finden, ja, definitiv. Also wir begleiten bei Hayat die Beratungsstelle, wo Eltern anrufen können, wenn sie das Gefühl haben, ihre Kinder radikalisieren sich, über 300 Familien. Und wir können sagen, dass in den meisten, bei den meisten Fällen handelt es sich um Jugendliche, die in eine Krise stecken, der ihnen für eine Vaterfigur fällt, die unzufrieden sind. Deshalb sagen ganz viele Jugendliche, wenn man ihnen fragt, wie fühlen sie sich, nachdem sie halt diese Ideologie gefunden haben, reden sie von Erlosung, von neu geboren zu werden, von Befreiung. Das heißt, vorher waren sie unzufrieden. Man merkt, dass soziologische wie psychologische Faktoren eine Rolle spielen, die dazu führen, dass diese Jugendlichen sich radikalisieren. Aber ist denn der Islam nicht sozusagen, unabhängig jetzt von ihren individuellen Erfahrungen, sowieso grundsätzlich im Moment ein bisschen die Religion der Underdogs? Also die Religion sozusagen, die auch, um es jetzt mal ein großes Wort zu benutzen, sozialrevolutionäres Potenzial hat. Welche dann? Naja, wir könnten sozusagen jetzt groß einsteigen quasi in wie der Westen die muslimische Welt unterdrückt und ausgebeutet hat. Wir kennen diese ganzen Geschichten und Erzählungen. Ja, aber das ist auch zu einfach. Das ist genau die Rhetorik der Islamisten. Diese Opfer- und Feindbilder. Auf der einen Seite wir immer Opfer. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass sozusagen die Instrumentalisierung von Religion für politische Zwecke ist ja eigentlich nichts Ungewöhnlichstes. Christentum hat ja auch mal angefangen als widerständige Religion gegen als unterdrückerisch empfundene Umstände. Also, dass man sozusagen Religion nimmt und sie einbaut in andere, in einen politischen Zweck, das ist ja fast normal eigentlich. Das würde ich so nicht sagen. Vor allem, weil bestimmte Strukturen dieser Religion, und wir reden wieder von der Islam, das heißt, wir müssen wieder betonen, es geht um Islamverständnisse, Inhalte in sich tragen, die zu diesen Entwicklungen auch führen können. Das ist das, was ich wissen will. Das ist sozusagen die, das ist ja das, was quasi der Islamkritiker in Deutschland, wichtigster, witzigster, pseudowitziger Satz auf Twitter, immer wenn irgendwo ein Terrorakt war, das hat mit dem Islam nichts zu tun, ja. Also, das ist so AfD-Talk praktisch, hat mit nichts was zu tun, so. Und das ist diese komische, zynische Doppelsprache, die natürlich bedeuten soll, diese ganzen Terroristen können nur deshalb Terroristen sein, weil sie Moslems sind. Sie kommen aus der Mehrheitgesellschaft und Sie erwähnen einen sehr wichtigen Punkt, diese Pauschalisierung, diese Anspielung auf eigentlich Zentralrat der Muslimer, der immer sagt, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Und jetzt übernehme ich die Aufgabe eines Moslems und sage, auf die andere Seite bin ich auch mit dem Satz, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Nicht zufrieden. Das ist viel zu einfach. Das ist Verantwortung abgeben. Ich will als Muslim mir die Frage stellen, wie konnte so ein Ungeheuer unter uns entstehen? Wie konnte man diese Taten, diese Entwicklungen instrumentalisieren, meine Religion eigentlich instrumentalisieren? Welche Entwicklungen, welche Inhalte gibt es in dieser Religion, die zu dieser Radikalisierung fuhren? Die einen, die sagen, wir sind wilder Tiere und integrierbar, und natürlich hat das mit dem Islam zu tun, tun die Debatten nicht gut. Auf die andere Seite, diejenigen, die sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun, bringen wir uns auch nicht weiter. Okay, aber das ist natürlich jetzt auch relativ lauwarm, wenn man sagt, irgendwie so das eine bringt sich das andere auch nicht. Ja, differenziert werden, da kann ich Ihnen auch sagen. Ein Islamverständnis, der Opfer- und Feindbilder schafft, der immer die Opferrolle übernimmt, ein Islamverständnis, der ein Gottesbild präsentiert, der bestraft, der sagt, wo es lang geht, der die Menschen nicht erlaubt nachzudenken, zu hinterfragen, der autoritäre Systeme unterstützt, patriarchalische Strukturen befestigt, ist ein Islamverständnis, der natürlich auch mit dieser Entwicklung, mit dieser Radikalisierung zu tun hat. Ich habe es durchgemacht, es gab so viele Jugendliche, die das durchgemacht haben, also als Muslim will ich auch die Frage stellen, wie kann ich die Jugendlichen von heute, die ein Interesse an ihrer Religion haben, ein berechtigter Interesse haben, ein Religionverständnis anbieten, eine Glaube anbieten, die mit solchen radikalen Tendenzen nichts zu tun hat, eine Glaube, die die Jugendliche befreit von dieser Angst, von dieser Tabuisierung. Und solange das nicht der Fall ist, werde ich als Muslim immer diese Frage stellen, wie konnte so ein Ungeheuer unter uns entstehen. Das ist eine sehr berichtigte Frage. Was Ihnen da fehlt, oder was vielen Beobachtern fehlt, ist sozusagen der aufgeklärte Islam, der reformierte Islam. Kann es den geben? Wenn es Katolismus schon gelungen, dann wird es uns auch gelungen. Ich hoffe, dass es bei uns nicht so lange dauern wird. Also auf die Frage einfach zu beantworten, ja, wir arbeiten dran, das sind aber die absolute Minderheit, wir werden diffamiert, angegriffen natürlich, weil die Menschen auch Angst haben um ihr Religionverständnis, aber das ist notwendig. Ich bin ja so ein langweiliger Linker, ich glaube ja immer, es liegt daran, wie es den Leuten geht, wie sie denken. Es geht so von außen nach innen und nicht von innen nach außen. Glauben Sie nicht, dass es ein soziales Problem ist? Wenn Bildung, Teilhabe, Beruf, Akzeptanz, ja, auch Gehalt und so, und viele der Probleme lösen sich dann irgendwie von selbst im Prozess der Akkulturation, oder ist das auch zu einfach gedacht? Zu einfach gedacht. Wir können zum Beispiel die Statistik anschauen von denjenigen, die so radikal waren, dass sie Deutschland verlassen haben. Ihre Biografien einfach mal schauen und sehen, was sind sie, woher kommen sie, welchen kulturellen, religiösen Hintergrund sie haben und vor allem waren sie bildungsnah, bildungsfern, zu welcher Schicht gehören. Und dann merken wir, dass es jeder treffen kann. Und das ist nicht nur mit, ja, die armen Muslime, die diskriminiert werden. Das ist ein wichtiges Problem. Das ist aber nicht nur durch diese soziale Unterdruckung zu erklären, sondern es hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Da verstehe ich nicht, wieso die Leute aus Saudi-Arabien sich radikalisieren, die in einer Gesellschaft, in einer Luxusgesellschaft leben, die radikalisieren sich. Und das erklärt nicht auch derjenige, der ohne Migration Hintergrund zu der Mehrheitsgesellschaft gehört, der auch so radikal geworden ist, dass er bei IS jetzt kämpft. Nein, ich habe nicht gesagt, dass es jetzt mit dem Bankkonto direkt zusammenhängt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch schon noch was zu tun hat mit Bildung, mit demokratischen Traditionen und Erziehung, bla 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 und so weiter. Also wir wollten es jetzt nicht zu monokausal machen. Nur so wie Sie darüber reden, ich versuche gerade zu verstehen, in welche Richtung das führt. Es klingt so ein bisschen, als wäre es so eine ansteckende Krankheit irgendwie. Und wer es dann hat, der hat dann irgendwie Pech und dann muss man gucken, dass man ihn heilen kann. Aber irgendwie, ich habe jetzt immer noch nicht so genau verstanden, warum erwischt es denn dann den einen und den anderen nicht? Ich will die Leute nicht heilen, sondern ich will die Leute gewinnen. Und zwar viel froher, bevor das die IS oder die Islamisten tun. Ich sage auch im Buch, die Salafisten sind heute die besseren Sozialarbeiter. Und diesen Zustand will ich nicht akzeptieren. Und um das klarzustellen, die Radikalisierungstendenzen und die Radikalisierungsgründe sind nie monokausal. Die sind auf sehr unterschiedlicher Ebene zu beobachten. Es gibt die soziologische Ebene, da gebe ich Ihnen recht, natürlich Diskriminierungserfahrung, Leute, die Verlierer in dieser Gesellschaft sind, suchen nach Identität, auch diese Identitätskonflikte, die diese Jugendlichen haben, vor allem diejenigen, die zu Hause alles Deutscher beschimpft werden, nach außen gehen und alles Migranten oder Ausländer beschimpft werden. Das bringt diese Jugendlichen zu einer Konfliktskrise und dann suchen sie nach Antworten und dann gibt es diese schwarz-weiß Identität, wo Abgrenzung eine Rolle spielt. Ich bin nicht fertig. Dann gibt es auch natürlich die psychologischen Faktoren, die eine Rolle spielen. Also fehlende Vaterfigur, persönliche Krise, Depression. Es gibt manche, die einfach nach Syrien und Irak ausreisen, weil sie Lust am Töten haben. Das sind Leute, die auch psychisch krank sind, Psychopathen, die einfach nur Blut sehen wollen, die andere die Abenteuer erleben wollen. Und es gibt natürlich, und das dürfen wir auch nicht vergessen, die Theologie oder die Ideologie, die dann natürlich den Basis schafft, an dem diese Radikalen ihre Ideologie aufbauen. Wenn ich mit Angstpädagoge groß werde, wenn ich weiß, dass Gott mich bestraft wird, dass Gott von mir was erwartet und dann eine Gruppe kommt und sagt, wir sind die Rettung, wir sind der direkte Weg in den Himmel, wir können euch von der Hölle retten, dann machen natürlich nicht alle mit, sondern vielleicht zwei oder drei Prozent, aber das sind die zwei oder drei Prozent, die wir verlieren. Also Monokausalität definitiv nicht, das ist auch keine Krankheit, sondern es ist ein Phänomen, die wir in den letzten Jahren intensiv in dieser Gesellschaft haben, und zwar nicht nur in der Migration, sondern auch in den arabischen, muslimischen Ländern. Und die müssen wir so begegnen, dass wir versuchen, diese Jugendlichen viel vorzugewinnen. Aber mich interessieren natürlich schon unsere Situation hier und die Migranten mehr als die Situation in den arabischen Ländern. Sie kennen die These von Soziologen, die sagen, wir machen uns unseren Ausländer selber. Die Leute verhalten sich im Laufe der Zeit so, wie die Erwartungen sind, die man an sie hat. Wenn ich von ihnen erwarte, dass sie ein nicht integrierter Moslem sind, der kein Deutsch spricht, der sowieso andere Werte hat, dann werden sie irgendwann anfangen, sich auch so zu benehmen. Es gibt eine These. Teilen Sie diese These? Teilweise. Das ist auch eine Art von monokausaler Erklärung zu sehr komplexen Themen. Ich wurde auch diskriminiert und rassistisch behandelt, aber ich habe ganz schnell, vor allem in Deutschland, gelernt, dass wenn Leute mich so begegnen, dann haben sie ein Problem und nicht ich. Und ich versuche, das auch die Jugendlichen herbeizubringen. Das heißt, ich versuche, die Menschen, die mich so begegnen, klarzumachen, dass dieses Verhalten inakzeptabel ist. Und das hoffe ich, meine Tochter auch beibringen zu können. Dass Menschen empowert werden, dass Menschen auch in der Lage sind, diese Missstände auch zu begegnen und dagegen zu kämpfen. Aber das erklärt nicht alles. Sie reden auch nicht über die Erziehungen in den Familien, die sehr nationalistisch sein können, die sehr autoritär sein können. Eltern, die das alles eine Art von Gefahr sehen, wenn ihre Kinder zu deutsch werden. Das sind Menschen, die Ängste in sich tragen, die mit Deutsch etwas verbinden, was ihnen Angst macht. Eltern, die Angst haben, dass ihre Kinder ihre Identität nicht weiterleben können. Und das führt auch zur Radikalisierung. Das führt auch dazu, dass bestimmte Erziehungsmethoden in den Familien so ausgelebt werden, dass die Kinder irgendwann auch keine Chance haben, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Das ist ein Gegenspiel von unterschiedlichen Faktoren, die dann diese Jugendlichen zu einem Zustand bringen, wo sie dann entscheiden müssen, wo sie sich ausgrenzen, abgrenzen müssen. Und das ist ein Zustand, der natürlich nicht gesund ist. Ich rede immer von ihr Wir-Debatte. Wir brauchen in Deutschland eine Wir-Debatte. Egal, ob sie radikal sind, egal, ob sie mit Migration Hintergrund oder ohne Migration Hintergrund, wir brauchen vor allem in den Schuhen eine Wir-Gefühl. Wir alle sind Teil dieser Gesellschaft. Nur so können wir dann Nachlosungen suchen und auch Losungen finden, aber nicht mit einer Eher Wir-Debatte. Glauben Sie denn, dass dieses Denken auf dem Rückzug ist, dass es schwächer ist? Weil ich meine, was Sie da reden, ist ja im Grunde das ganz normale Sozialarbeiterdeutsch, dass man eben dahin gehen muss, wo die Probleme sind. Man muss die Leute als Kinder quasi abholen und ihnen helfen, damit man später keine Probleme hat. Ich weiß, wenn man vor ein paar Jahren in Zeitungsredaktionen mit solchen Geschichten in die Redaktionskonferenzen gekommen wäre, hätten die Leute gesagt, ach, nicht schon wieder so Sozialkitsch. Bitte nicht. Weil irgendwie hat man das Gefühl, dass wir auch in so einer Gesellschaft leben, wo einerseits diese Probleme zunehmen, wo andererseits aber dieser Diskurs den Leuten total auf die Nerven geht. Eigentlich haben die gar keinen Bock mehr, sich mit dieser Art von Denken auseinanderzusetzen. Naja, das ist auch Teil des Problems, dass wir in den letzten Jahren sehr polemisch diskutieren, dass wir auch sehr kurzfristig diskutieren. Das heißt, nach dem Anschlag in Paris oder Brüssel gab es drei Wochen lang, wo wir das Thema Tag und Nacht bearbeitet haben und danach war es Schluss. Und das reicht mir nicht. Ich will auch nicht nur diese Sozialarbeitssprache vermitteln, sondern ich habe das auch im Buch ganz klar geschrieben. Diese Aufgabe ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir brauchen allen zusammen, um diese Probleme zu lösen. Wir brauchen Aufklärungsarbeit bei den Eltern. Wir brauchen Inklusion. Das ist unabhängig davon, wo mein Kind aufwächst, dass er auch Chance auf Abitur hat. Wir brauchen die Diskriminierung und natürlich Islamfeindlichkeit zu bekämpfen. Aber auch an der anderen Seite brauchen wir eine innerislamische Debatte, die dazu führt, dass die Menschen, die Muslime vor allem, sich mit dem Thema so beschäftigen, dass sie dann auch Alternativen anbieten, dass sie auch sich eine sehr schwierige Frage stellen und nach Lösungen suchen. Dann brauchen wir eine Reform der Schule. Wir brauchen eine Reform der Sozialarbeit. Die Schule muss in der Lage, die neuen Herausforderungen auch sich zu stellen und Konzepte zu entwickeln, um diese Jugendlichen zu gewinnen. Wertevermittlung, kritisches Denken fordern, über aktuelle politische Themen reden. Das ist ja unheimlich viel, was wir brauchen. Ja, ja, das ist auch ein sehr kompliziertes Thema. Aber meinen Sie, dass wir auch nur ansatzweise auf dem Weg sind, sozusagen die Sachen so anzugehen, wie Sie das sagen? Also ist das das, was Sie erleben? Und ich glaube, ich nämlich auch nicht. Deshalb wundert mich, dass Sie das so vehement vortragen. Ich glaube Ihnen das alles. Das klingt für mich alles total einleuchtend. Und gleichzeitig, je länger Sie reden, desto mehr habe ich das Gefühl, Sie entfernen sich. Ich sehe Sie so immer kleiner werden am Horizont. Das glaube ich nicht. Wenn ich an Obermissstände rede, dann weiß ich, dass wir gerade eine schwere Zeit haben, dass wir leider eine politische Elite haben, die das noch nicht begriffen hat, dass sie die Dimension dieser Problematik noch nicht verstanden hat. Das bedeutet nicht, dass ich falsch liege. Das bedeutet, dass wir mehr machen müssen. Und wir müssen machen. Spätestens beim nächsten Wahl, wenn wir dann aufwachen und merken, dass solche Themen von Recht ausgenutzt instrumentalisiert werden und dass diese Rechte noch an Gewinnen haben, dann müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und die Lösung ist nicht Brexit, die Lösung ist nicht Abschiebung, die Lösung ist nicht Grenzen, sondern die Lösung ist definitiv, wie können wir diese Menschen zuteil dieser Gesellschaft machen? Wie können wir diese Menschen... Warum ist die Lösung nicht Brexit und nicht Grenzen zu und nicht Abschiebung? Sie finden das, ich finde das auch, vielleicht auch die Leute hier im Gorki-Theater, nehme ich jetzt mal an, aber vielleicht da draußen im Land, am Radio, hört jetzt, sitzt der ein oder andere, ich kann so ein paar von meinen Twitter-Kollegen zum Beispiel, kann ich mir richtig vorstellen, die sagen, ne, wieso ist genau die Lösung? Raus weg mit den Grenzen zu, Brücken abbrechen, Brexit. Weil wir von deutscher Zustände reden. Ja und? Das sind Menschen, die Teil dieser Gesellschaft sind, die leben seit drei Generationen hier. Machen wir jetzt Bluttest oder wie? Genau, weil sie nämlich schon da sind. Naja, Donald Trump zum Beispiel hat das ja auch nicht verstanden. Er ist auch Teil des Problems. Er möchte immer... Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Gorki. Ich sitze hier mit Ahmad Mansour, der ein Buch geschrieben hat, Generation Allah, warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen. Wer ist denn die Generation Allah in Deutschland eigentlich? Das hat auch mit dieser polemischen Debatte zu tun. Wir diskutieren nach Anschlägen. Wir diskutieren, wenn Jugendliche sich den IS anschließen. Aber ich will weg von dieser Sicherheitsdebatte. Ich will über die alltägliche Situation reden, über die Jugendliche, die ich alltäglich treffe, über die Lehrer, mit denen ich zu tun habe. Und das sind die alltäglichen Situationen, die in den Schulen vorhanden sind. Das nenne ich Generation Allah. Das sind keine Radikale, die von Verfassungsschutz beobachtet werden sollen. Aber das sind die Jugendliche, die eine sehr problematische Geschlechterrollen in sich tragen, die an Verschwörungstheorien glauben, die an eine patriarchalische Strukturen oder mit patriarchalischen Strukturen groß werden, die nicht hinterfragen, die ihre Religion als Tabu verstehen, die sie aggressiv schützen wollen. Das ist die Generation Allah, die ich in Schulen treffe. Das ist die Erfahrung von Lehrer und Lehrerinnen. Reproduziert die sich immer weiter? Ist das schlimmer geworden? Nimmt das zu? Wird das abnehmen? Wenn jetzt neue muslimische Migranten kommen, wird sich das verändern? Wie schätzen Sie das ein? Kommt auch auf die Art und Weise, wie wir mit dem Problem umgehen. Also der dritte Generation ist definitiv religiöser und radikaler geworden. Das heißt, in der erste und zweite Generation waren die Probleme viel weniger. Das sagen auch Lehrer. Die Eltern sprechen viel besser Deutsch als ihre Kinder, obwohl die Kinder hier dritte Generation sind. Stimmt das wirklich? Ja. Ja, teilweise ja. Und B, die Leute, die zu uns kommen, sind auch keine homogene Gruppe. Dass ich sage jetzt, mit den einen Millionen, die aus Syrien kommen, werden die Probleme schlimmer oder weniger. Das sind sehr unterschiedliche Menschen. Ich sehe eine Chance auch für den Islam, weil da auch Leute kommen, die ihre Religion ganz anders verstehen, die auch Erfahrung gesammelt haben mit dem Islamismus, mit der Radikalisierung. Aber auf die andere Seite kommen auch dazu Leute, die ganz anders sozialisiert sind natürlich. und die müssen wir erreichen. Ob das schlimmer wird, hängt von unserer Politik ab, hängt von unserer Pädagogik ab, hängt von das, was wir in den nächsten Jahren machen werden. Und deshalb finde ich wichtig, zu sagen umdenken, weil umdenken bedeutet, zu verstehen, dass wir eine Generationaufgabe haben, dass wir eine Mammutaufgabe haben und dass wir auch diese Problematik auch so begegnen und auch bereit sind, auch zu investieren, um die Probleme zu lösen. Warum hat das in Frankreich nicht funktioniert? Denn solche Verhältnisse wie in Frankreich haben wir ja ganz offensichtlich hier noch nicht. Aber vielleicht drohen Sie uns, wenn wir die gleichen Fehler und Versäumnisse machen, die offenbar in Frankreich ja passiert sind. Verfolgen Sie das? Natürlich. Und ich hoffe nicht. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht die Pariser oder die französischen Verhältnisse hier bekommen. Aber wenn man halt Berlin anschaut, dann merkt man auch, dass eine gewisse Getuarisierung auch stattfindet. Und natürlich, das ist nicht die Lösung. Wenn ich die Leute einfach... Aber Sie sind jetzt nicht der Buschkowski, der jetzt Buschkowski, Bruder, Sarrazin, Neukölln ist dann bald überall und so weit würden Sie jetzt nicht gehen. Sehe ich so aus? Ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt nur sozusagen irgendwo hin die Grenze ziehen. Einfach nur aus Beruhigung. Einfach nur, um mich zu beruhigen. Das ist alles. Seien Sie beruhigt. Okay, danke. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nein, jetzt mal ohne Witz. Paris. Ich meine Brüssel, die Bonlieues. Was haben die falsch gemacht, was wir hoffentlich nicht falsch machen werden? Sie haben die Integration verschlafen. Sie haben da nicht großartig sich gekümmert um die Schulen, um die Bezirke, um die Entwicklungen, die da stattfinden. Ich meine, diese Moscheen haben nicht vorgestern angefangen, diese radikalen Islam zu predigen, sondern es sind halt Produkte, die seit Jahren sind. Und ich hoffe sehr, dass wir endlich jetzt eigentlich auch wach werden, als wir gesehen haben, welche Entwicklungen das mit sich bringen und dass wir endlich auch produktiv nach Lösungen suchen und auch, dass diese Lösungen auch im Alltag auch installieren können. Was ich besonders irgendwie bedrückend empfinde, ist, was Sie auch schreiben, dass das immer mehr Mädchen und Frauen sich da auch radikalisieren, sich sozusagen unterwerfen einer Kultur, einer Religion, die ja zumindest ein anderes Frauenbild hat als unsere, um es jetzt mal möglichst neutral zu formulieren. Warum machen die das? Das ist auch nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt Frauen, die natürlich einfach bestimmte Männer folgen, die bis nach Sürich und Irak ihre Männer folgen. Es gibt Frauen, die einfach glauben oder total überzeugt sind, dass sie bei dieser Ideologie frei leben können, dass sie in dieser Ideologie ihre Religion frei leben können. Das sind diejenigen, die vielleicht hier Burka tragen, die beschimpft, die keine Arbeit finden und man sagt ihnen, in Syrien seid ihr untergleichen, in Syrien könntet ihr frei eurer Religion leben und die gehen hin. Und es gibt natürlich eine Gruppe von Mädchen und das ist, was mir am meisten Angst macht, die aus patriarchalischen Strukturen kommen, wo der Bruder und Vater nicht religiös, sondern kulturell diese Menschen unterdrucken, ihnen nicht erlauben, am Schwimmunterricht teilnehmen, nicht einen Freund zu haben oder Geschlechtsverkehr vor die Ehe. Um 18 Uhr müssen sie zu Hause sein und dann kommen die Islamisten und sagen, das, was dein Bruder und dein Vater macht, ist keine Gleichberechtigung. Gleichberechtigung ist, liebe Schwester, wenn du und dein Bruder bis zur Ehe jung vorbleiben, dass du und dein Bruder nicht am gemischten Schwimmunterricht teilnehmen. Nicht nur das, du brauchst dich nicht den Vater und den Bruder unterzuordnen, sondern nur Allah oder Gott. Und diese Frauen erleben ihre Ausreise nach Syrien und Irak als eine Art von Befreiung, eine Befreiung von diesen patriarchalischen Strukturen. Das klingt absurd, ist es auch so, wenn sie dann in Syrien und Irak ankommen, merken sie, dass es keine Befreiung war. Aber der Weg dahin hat viel mit diesen patriarchalischen Strukturen zu tun. Gut, aber jetzt reden Sie ja wirklich von einer verschwindend kleinen Zahl von Leuten, weil diesen Weg gehen ja nur sehr wenige. Aber wir haben das gleiche Problem, können wir das vielleicht ausmachen? Das wäre toll. Dieses Problem haben wir doch auch in Deutschland. Natürlich. Was ist das Versprechen, was man diesen Frauen macht? Also welches Versprechen hat eine patriarchalische Religion für eine Frau in Deutschland? Um es mal ganz klar zu fragen. Naja, patriarchalische Strukturen werden nicht existieren, wenn die Frauen jetzt sagen, wir wollen nicht mitmachen. Sondern die Frauen sind ein Bestandteil dieser patriarchalischen Strukturen. Sie tun das, weil sie so sozialisiert sind, weil diese Erziehungsgenossen haben und weil für bestimmte Frauen eine Machtverhältnis auch ermöglicht. Das heißt, wenn ich eine Mutter bin, dann kann ich meine Tochter unterdrucken und wenn meine Tochter heiratet, dann kann sie auch ihre Schwiegertochter unterdrucken und, 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 und. Also das sind Entwicklungen, die auch Machtverhältnisse auch sozusagen versprechen. Und das muss nicht bis nach Surah und Irak endet, das ist nur die Spitze des Eisberges, aber das sind Menschen, die unter uns leben, die genauso wie die Männer von dieser Ideologie dann auch leben. Und sie erleben das nicht als Unterdruckung, sie erleben das sogar als eine Art von Befreiung. Sich unterzuordnen, sich um zu Hause zu kümmern, um die Kinder zu kümmern, finden viele Frauen als eine Art von Emanzipation. Finde ich nicht, lehne ich das total ab, aber das sind diejenigen, die vielleicht nicht mit, die mit Emanzipation vielleicht überfordert sind, die das nicht wollen, die sich unterordnen wollen, die einen Mann haben wollen, der dann der klassische Männlichkeit-Bild entspricht. Und das sind diejenigen, die dann sich diesen Weg gehen. Sind denn diese Leute, von denen Sie sprechen, für uns eigentlich erreichbar, über Medien, über Politik, über öffentliche Diskurse, oder sind die sozusagen so abgeschottet in Ihrer Welt, dass sie sowieso nicht wahrnehmen, wie wir anderen reden? Also ich habe die Erfahrung gemacht... Beziehungsweise, und wenn das so ist, wie kommen Sie denn dann, wo ist der Zugang? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man diese Menschen auch erreichen kann. Das ist natürlich eine sehr, sehr intensive Arbeit, wenn man einfach erstmal Bezug werden, wenn man Vertrauen aufbaut, dann kann man mit denen über alles reden. Aber wenn wir einfach umdenken müssen, dann müssen wir diese Menschen viel vorerreichen, bevor sie sich radikalisieren. Das heißt durch Präventionsarbeit. Wir vermischen hier Deradikalisierungsarbeit, also diejenigen, die schon radikal sind, das sind kostenspielische Interventionen, die auch Jahre dauert und keine Erfolgsgarantie mit sich bringt. Auf die andere Seite mit einer richtigen Präventionsarbeit, Flächendeckende, vor allem in den Schulen, können wir viele, viele, viele Jugendliche viel früher erreichen, bevor das tun. Das tun wir nicht, indem wir dieses Thema tabuisieren, indem wir darüber nicht reden, indem wir sagen, naja, wenn die muslimischen Mädchen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen wollen, dann müssen wir das als Regierungsfreiheit verstehen. Aber ganz kurz mal das Beispiel mit dem Schwimmunterricht. Ich habe jetzt nochmal recherchiert und gelesen, schon neulich, weil mich das interessiert hat. Also alles, was es wirklich an Fakten gibt, sind Studien von irgendwelchen Ministerien und Bundes, ich weiß nicht, die sagen, es stimmt gar nicht. Der Teil von Eltern, die ihre Mädchen aus religiösen Gründen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen lassen, der ist so klein, dass ich da jetzt von einem gesellschaftlichen Problem nicht sprechen würde. Trotzdem, selbst jemand wie Sie führt als allererstes dieses Beispiel an. Wie kommt diese Diskrepanz zustande? Also ich lade Sie herzlich ein, mit mir ein- oder zweimal zu Schulen zu kommen und diese Frage dann den Lehrer und Lehrern zu stellen. Und dann werden Sie merken, in einer einzigen Schule werden Sie mehr Fälle dokumentiert bekommen, als das Gesamte, was in diesen Statistiken geschrieben wird. Weil das Problem totgeschwiegen wird. Darum geht es mir. Und das ist auch eine Art von Rassismus. Nicht darüber zu reden. Schade, dass jetzt zeitgleich um... Nee, warte, das ist schon wichtig. Also Sie sind auch der Meinung, dass sozusagen die... Also öffentliche Stellen, wir reden jetzt ja nicht von der Lügenpresse, sondern wir reden jetzt ja hier von Bundesanstalten, Ministerien, also quasi Behörden im weitesten Sinne, irgendwelche Daten unterdrücken. Ja, die haben die, die kennen sie, aber sie veröffentlichen dann bewusst falsche Daten. Nee, die werden nicht erfasst. Die werden einfach nicht erfasst. Das heißt, wenn eine Lehrerin, dass ihre Schulleiter erst mal meldet, dann muss sie auch ihm vertrauen, dass er das weitermeldet. Und in diesem Weitermelden geht diesen Daten verloren. Nicht, dass man das mit Absicht macht, aber man will sich mit solchen Themen nicht auseinandersetzen. Aber die Probleme sind da, da verspreche ich Ihnen. Da können Sie mit Lehrern reden, wie Sie wollen. Sie können mich begleiten. Ich bin fast täglich in Schulen und das ist tagtäglich. Ich will keine Probleme großschreiben, sondern ich will Probleme lösen. Beschreiben Sie noch mal in den letzten paar Minuten, die wir haben, welche Form von Präventionsarbeit Sie empfehlen würden und wer ist der Adressat? Also wo muss das ansetzen? Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also wir brauchen ganz, ganz viele Ebenen und wir brauchen ganz viele Umdenken, um diese Präventionsarbeit leisten zu können. Ich kann damit anfangen, dass wir zum Beispiel heute mit einer Generation zu tun haben, der online ist, der digital ist, der vor allem seine Informationen und seine Diskussionen auf sozialen Medien führt. Jetzt schauen wir mal, wie wir, die Zivilgesellschaft, da präsent sind. Sind wir nicht. Das heißt, Jugendliche, die auf Seiten, fragwürdige Seiten bestimmte Diskussionen führen, führen das unter sich. Soziale Medien sind rechtfreie Räume geworden, übrigens nicht nur unter Muslimen, sondern auch insgesamt. Das wissen Sie auch, wenn man halt den Rechtsradikalismus verfolgt. Da müssen wir aktiv werden. Wir müssen Gegennarrative schaffen. Wir müssen die Jugendlichen Alternativen zeigen. Wir müssen mit denen in Diskussionen zu gehen. Die Jugendlichen sind nicht im Jugendzentrum von nebenan und kicken, sie sind online. Und da muss auch eine Sozialarbeit stattfinden, eine digitale Sozialarbeit. Dann müssen wir in den Schulen in der Lage sein, ob aktuelle politische Themen reden. Ich habe viele Lehrer und Lehrerinnen erlebt, die nach dem Sommer 2014, nach dem Gaza-Krieg, mit dem Thema total überfordert waren. Die wollten darüber reden. Die Schüler und Schülerinnen waren sehr interessiert. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich in Schulen bin. Aber in der Ausbildung, in der Lehrpläne gibt es kaum Plätze, wo dieses Thema angesprochen wird. Jetzt suchen diese Jugendliche die Informationen woanders und landen bei Antisemiten und Radikalen, die die Welt in Schwarz-Weiß teilen. Da muss viel investiert werden. Die Ausbildung von der Lehrer muss so gestalten werden, dass solche Herausforderungen, solche Themen zum Ausbildung gehören. Es kann nicht sein, dass Lehrer, die irgendwo in Schulen arbeiten, wo 50, 60, vielleicht auch 80 Prozent Menschen mit muslimischer Hintergrund in der Klasse sitzen und Ausbildung kein einziger Kurs über Islam, über das Leben von Muslimen existiert. Da muss sich zum Beispiel ändern. Wir müssen kritisches Denken fordern, wir müssen Elternaufklärungsarbeit leisten, wir müssen endlich auf die politische Ebene es schaffen, die Politiker zu überzeugen, dass sie nicht nach jedem Anschlag zwei, drei Millionen Euro rumschweißen und Aktionismus betreiben und sagen, ja wir machen was dagegen, sondern wir brauchen Konzepte, die flächendeckend sind. Wir müssen endlich verstehen, dass es hier um eine Generationaufgabe geht und nur so können wir diese Menschen erreichen und für diese Gesellschaft gewinnen. Da haben wir eine Menge zu tun. Vielen Dank, Ahmad Bansur, dass Sie hier waren. Wir reden jetzt hier im Gorki-Theater noch weiter, Sie haben die Möglichkeit jetzt Fragen zu stellen. Ich verabschiede mich von unseren Hörern daheim, jetzt gehen wir in die Sommerpause, im September kommen wir dann wieder, dann rede ich mit Margot Kessmann über Gott, Luther und die Welt und bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß. Danke. Dankeschön. Applaus Dankeschön. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017